Tag 19 Hallo meine Flügel da draußen, wir sind hier wieder am Start bei Pine White Drive und ja ich bin gespannt was hier noch auf uns so wartet. Das hängt wieder mal wie immer am Anfang. Ich muss kurz abchecken wie die Steuerung war. Also Steuerung ist klar aber Taschenlampe und so weiter. Ich hänge hier ein bisschen rum. Keine Ahnung was hier schon wieder los ist. Komm wir machen mal einen Blick hier raus. Es regnet auf jeden Fall. Noch ist es nicht ganz so dunkel, deswegen können wir trotzdem eine Kerze anmachen würde ich sagen. Und hier vielleicht auch. Das war das Klavier. Warum? Hallo? Ich habe schon wieder was gehört hinter mir. Wir haben nicht mehr viel Batterien wie immer. Es hängt hier gerade echt ein bisschen. Das nervt mich. Haben wir hier vielleicht auch noch irgendwo irgendwas? Nö. Dann machen wir einfach mal die Kerzen wieder an. Hä? Ja ja, chill. Ist aber das in Ordnung hier, ne? Hey, wieso kann ich die nicht anmachen? Ah, wir haben keine... Och nö, wir haben jetzt gar nichts mehr. Das Spiel hier aufzuhängen. Hier hatten wir auch nichts mehr, oder? Shit. Mann. Leute, es tut mir leid. Wir müssen hier im Dunkeln ein bisschen durch. So, die war ja verschlossen. Nein, 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 nein. Ich würde sagen, wir gehen mal hier hochschauen. Habt ihr das gesehen? Habt ihr es noch gesehen? Ich hoffe, ihr habt es noch gesehen. Ich habe schon jetzt richtig angemacht. Da war ein Schatten. Was ist hier los? Ach, der Schatten ist von der Lampe. War der von der Lampe? Ich bin mir so unsicher, Leute. Keine Ahnung. Was ist hier los? Wir haben kein Licht mehr. Mann. Verschlossen. Verschlossen. Ich weiß ganz ehrlich gesagt nicht, wo wir hin müssen. Hier geht es auf jeden Fall nicht weiter. Da geht es auch nicht weiter. Naja, da auch nicht. Aufzuhängen. Ich brauche Batterien. Das ist hier viel wichtiger. Da hat kaum gerade eine Ratte gerannt. Liegt hier jetzt auch ein Schlüssel? Batterien! Okay, Leute. Wir haben wieder Licht. Normalerweise sollte doch dann hier ein Schlüssel liegen, oder? Komisch. Komisch, komisch. Hier war das Bad, oder? Dieses Spiel ist so schön. Es war hier oben noch. Okay. Da war schon wieder dieses Bild. Habt ihr es gesehen? Was ist hier los? Ist hier irgendwas noch, was ich vergessen habe? Gewicht ist es nicht. Oder doch hier. Ich brauche Batterien. Noch mehr. Also, übrigens mal so meine Meinung nebenbei. Die hätten hier... Ah, Streichhölzer. Die hätten hier ruhig mal mehr schreckhafte Momente reinbauen können. Da war sonst nichts. Oh, wir haben schon wieder fast keine Batterien. Oh, irgendwas hat Geräusche gemacht. Aber lass mich. Hier auch keine Batterien. Schade. Nö. Ich hab keine Zeit. Ich muss rennen. Weil ich keine Batterien hab. Keine Ahnung, ob hier irgendwas war noch. Ich hab mich verlaufen. Oder? Nee, da will ich nicht lang. Okay, wir haben schon wieder keine Batterie. Muss mal ein bisschen sparsam sein. So, da ist ein Blumen aufgemalt. Ich dachte, vielleicht liegt da was. Hier war auch nichts mehr. Nein. Hallo? Können wir die Lampen mal... Nee. Hier war auch nichts mehr. Leute, was ist hier los? Da unten ist ein Endchen drin, aber sonst auch nichts. Und hier hatten wir auch nichts. Ja, ich hätte gerne ganz viel Batterien. Das ist hier Mangelware. Ich hänge in der Tür. Okay. Hier haben wir auch nichts. Ich hab mich sowas von verlaufen, grad. Habe ich das Gefühl? Küche. Leute, wo war die Küche? Keine Ahnung. Hier auf jeden Fall nicht. Ich traue dem Ganzen hier nicht. Hier war die Küche, oder? Nein. Hier? Ja. Hier ist aber nichts. Mach mal Licht. Krabben, Obst, bla. Hä? Da war noch eine Küche, glaube ich, ne? Die Frage ist nur, wo war die? Ich bin verwirrt. War die da unten? Da unten? Verwirrt. Ja, hier war da noch eine, glaube ich. War das hier? Leute, dieses Haus macht mich wahnsinnig. Ich bin mich immer am Verlaufen. Hier haben wir hier vielleicht noch Batterien auf den Stühlen oder so. Nö. Schade. Ah, das war noch die andere Küche. Frisches Essen. So, dann machen wir mal Licht. Und was soll ich hier Geräusche gemacht haben? Ich habe keine Ahnung. Oh nein. Hilfe. Lass uns wieder raus. Oder was? Hallo? Leute, sie sind mir wieder hier gefangen. Bestimmt passiert hier gleich wieder irgendwas. Warum kann ich hier nicht rausgucken? Können wir jetzt raus? Fick dich. Warum ist denn jetzt hier alles gammelig? Was soll der Kack? Schlüssel? Okay. Hauptsache, wir haben uns erschrocken. Die Frage ist jetzt nur, für wo ist der Schlüssel? Nee, 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 nee. Ich mache hier mal ein Licht an. Meine Nase juckt. So, wir haben einen Schlüssel. So, wir haben einen Schlüssel. Die Frage ist nur, für wo? Hallo? Da ist schon offen. Da auch. Hier vielleicht? Nee. Warum hängt denn das jetzt? Hallo? Das gibt's doch nicht. Irgendwo muss doch der Schlüssel passen. Okay. Batterien. Streichhölzer. Ich hänge hier rum. Und ein Brief. Wir sind am Ende angekommen. Was heißt am Ende? Ja, dann würde ich sagen, dann hauen wir mal uns den Brief an. Als ich letzte Nacht wach wurde, glaubte ich, Kinder im Haus lachen zu können. Linda hat davon nichts mitbekommen. Sonst wäre sie sicher noch unruhiger geworden. Oh, oh. Okay. Kinder lachen. Das ist nicht lustig, Leute. Ich sag euch nur eins. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Und Kinder lachen ist nicht lustig. Bis dann. Schreibt in die Kommentare einmal. Hashtag Kinder lachen. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.